moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu kena da ist sie die guteste und die kleinen stehen uns um uns herum und gucken uns ganz erwartungsvoll an müssen wir die eigentlich mal sollten wir die mal lieb haben kommen lassen uns mal lieb haben vielleicht mit tanzen tanzen darf es tanzen sein okay ach wie niedlich ist so schön auch das haben sie so schön gemacht aber wir stehen hier vor einer größeren herausforderung das geht alles cool so mal gucken was hat denn dieses gebiet hier für uns parat bin ich jetzt auf der richtigen seite ich glaube schon da sehe ich doch schon wieder sachen ist das irgendwas was wir gucken wir das sieht komisch aus kann ich dahin ja nein okay nein gut was wird hier getan das können wir erstmal mitnehmen gut was haben wir hier nehmen wir auch mit klasse da sollen wir hochklettern okay ich sehe mich erst mal hier hinten rum da ist liegt da was da liegt doch was ja ja okay ah da war jemand versteckt oh hi willkommen im club hallo na ja 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 er hat gefunden 34 weiß ich auch wir sind so kurz vor dem upgrade 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 äh das hier ist noch nicht für uns ne ist da irgendwas was wir angreifen können sieht nicht so aus ne okay also tja dann kletterpartie ne ihr kommt mit jungs ihr kommt mit ne ne hallo so hier rüber ich finde es gut um einen spitzen überblick zu haben aber hey okay irgendwas wildes oh da haben wir was wildes gut ich gehe erstmal hier rüber na mal gucken was passiert oh ja was hast du nun da interagieren ein fox symbol ist markt an diesem alten campinggear was was im moment fox symbol okay da unten ja ja warte mal hatte das irgendwelche konsequenzen für für hier ne hä okay wo ist es hin jetzt habe ich natürlich hier aufgebast war ja klar hallo okay ja genau und jetzt sind wir dran warte so so nämlich wo ist es hin da hinten da hinten oh geschichte ist hier oben noch jemand nein und da geht es irgendwie nicht runter okay so was haben wir denn hier er war hier ne um maske zu verwenden zu verholen hm ist er das machen ne ja mit 300 haben wir sonst noch was neues das ist auch alles zu ja das ist natürlich cool ne ja ich frage mich was da unten wohl noch kommt aber erstmal hätte ich gern das hier ja freischalten und jetzt sind wir leider sehr ja okay ach und da sind die ach jetzt habe ich das überhaupt erst erkannt und dann sind die kommen die tierchen da schon raus okay cool da oben sehe ich was schön hier ja was macht das oh okay ne und da ist noch einer es sind immer drei ne was ist passiert da ist etwas passiert mit dem können wir aber noch nichts machen hm war es die richtige Reihenfolge sieht irgendwie doch guck mal da ist noch was oh da ist noch was und hier ist was ja alles klar da können wir aber nichts mit machen ne ne da geht es einfach nur hoch okay dann lasst uns hier erstmal genau äh Rot verwenden genau komm mal her ich hätte gerne dass ihr hier hingeht ja wunderbar Astrein so und jetzt können wir nämlich hier alles freiräumen das finde ich sehr gut Rot verwenden okay also erst einmal hätte ich gerne dass du da hingehst irgendwo müssen wir am Anfang das hast du dann super gemacht und hier drüben bitte auch so oh hat mir nicht gereicht okay reicht immer noch nicht oh okay wir müssen nochmal ran und da oben sehe ich doch auch irgendwas da gehen wir auch noch hin okay so hier ja ziemlich cool hat das jetzt ausgereicht oh warte mal ah Hilfe oh ja oh klasse ich finde die so cool ich finde die so cool komm dann nehmen wir gleich nochmal einen mit ich fand das lustig äh sie müssten jetzt hier schon grob in der Nähe sein nee sind sie nicht okay oh da ist er ja verschwinde was willst du denn hier hm kommen wir da noch weiter rein da hinten sind noch mehr ne da können wir vielleicht noch was machen ich möchte es nochmal ausprobieren so oh ne warte geht's ja dann komm mal hier wacker bei mich bei jawohl so das machst du ganz großartig okay wir rennen mal hinterher kann ich hier was tun das sah gut aus okay das sieht hervorragend aus oh auf den habe ich nie aufgepasst äh ist nicht ganz so schnell hier okay naja gut ja passt ja ist schon okay Maul geh weg hi na da kommen bestimmt noch mehr ne ach hier ist noch einer okay da ist doch irgendwas ist ja nicht irgendwas ich glaube das zu hören na okay das hat auch geklappt ah hier da gibt es erstmal was hallo hier da gibt es nichts hm ich muss es ich muss sie erst alle besiegen kann das sein ja wenn sie den Bereich quasi komplett freischalten uh sehr gut oh ach die Klappe geh weg ihr Trollos okay nochmal so ja äh 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 das ist aber auch ein Klappe na kann ich da auch was ausrichten bestimmt ne okay hat super geklappt okay damit werden die auch fertig geh weg okay soweit so Gucci aber ist noch nicht fertig ne oh da ist ja noch einer oh jetzt gehst du denn hier ich glaube es geht los also wirklich sehe ich jetzt mal da kommt noch was größeres ne da hinten oh da kann ich jetzt ich kann da jetzt schon dran okay alles klar gut und reicht das bis dorthin ja es reicht ach wie herrlich ah ich find's klasse so warte mal jetzt lass mich aber eben nochmal zurückgehen ähm da ist auch noch was oi 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 lass mich eben nochmal zurückgehen ja wir holen die gleich ich hätte nur gerne diese Blüten hier jetzt können wir die doch bestimmt mitnehmen ne ja sehr gut guck mal das ist für euch die wackeln ja sogar selber am Busch Na, sowas. Okay, ich renne erstmal ein bisschen voraus. Und ihr habt nichts abgekommen. Versprochen, ihr seid beim nächsten Mal dran. So, also erstmal schalten... Oh, zu weit weg. So. Beim nächsten Mal seid ihr zuerst dran. Versprochen. Krass. Ist da noch mehr? Hm. Na, ich hab's genau beim Fall schon gemacht, ne? Na, schade. Na gut. Wir müssen nochmal ran. Ist so. Guck mal, da oben ist auch noch was. Ach nee, das sah eben so aus. Aber es sieht schon so aus, als ob wir da hoch müssen, ne? So. Komm mal her, komm mal her. Ja, das machst du ganz fein. Das machst du ganz... Warte, falsche Richtung. Ja. Und jetzt hier, bitte. Fantastisch. Das habt ihr super gemacht, Leute. So. Ja. Hey, wir können uns noch mehr Klamotten kaufen. Hm. Das sieht verdächtig nach einem Rätsel aus, ne? Guck mal, hier werden wir auch hochbekommen. Alles klar. Also noch sind wir auf Kurs. Da ist auch... Ne, warte mal. Ne, warte mal. Hier, von hier aus sind wir gestartet. Ah, okay. Gut. Der Rundgang ist vorbei. Dann lass doch mal gucken. Was gibt's denn hier unten? Ist das ein guter Plan, da hinzugehen? Ich weiß es nicht. Ist das eine gute Idee? Bestimmt, ne? Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Oh, okay. Oh, wir hätten die Leute mitnehmen sollen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aber ich sehe jetzt nicht wirklich richtig viel. Können wir hier irgendwas... Irgendwas... Begrabschen? Das ist doch garantiert eine Arena. Und ich diese leuchten... Also cool ist es ja schon, ne? Aber, na gut. Es gibt keine andere Option. Okay. Ist es eventuell noch zu früh, hier reinzugehen? Es ist sehr, sehr düster. Ja, und ich tappe auch direkt gegen die Wand. Ah. Das sieht schwer nach Arena aus. Okay. Okay, okay, cool. Na, wer ist denn der... Ronk da? Na, das ist noch nichts. Ja, das ist eine Arena, ganz klar. Ja. Hallo. Na. Ja. Lustig. Schweinwächter. Oh. Okay. Ich bin noch nicht so weit. Uh. Na, das ist alles gut. Kann ich den irgendwie... Oh. Das funktioniert ja ganz hervorragend. Oh. Verdammt. Ui. Ah. Das war nicht gut. Alter. Hallo. Ich bin irgendwie raus aus diesem Game. Okay. Oh. Daneben. Ach, Mist. Der schlägt zweimal zu. Toll. Ich glaube, ich sollte da drüben wieder unsere Jungs aktivieren. Geh weg. So. Schon besser. Okay. 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 Mach das weg. Ich muss die Kleinen besiegen, damit ich an den großen Teil kann. Oh. Ach. Zweimal. Hallo. Er schlägt zweimal zu. Was war das denn? Bleh. Alter. Was ist das denn hier für eine Nummer? Okay. Wow. Mann. Wow. Okay. Kann ich nochmal? Oh shit. Das hat nur den Kleinen erwischt und nicht den Großen. Ah. Zweimal. Boah. Ah. Ich bin echt down. Mist. Ah. Ah. Super. Okay. Klasse. Okay. Toll. Das ist Boss, ne? Was haben wir hier? Schwein zur Laternenhöhle. Klasse. Das heißt, ich kann auch abhauen und einfach was anderes machen. Das käme mir sehr gelegen. Ja. Okay. Der hat eine Blume. Warte mal. Sehe ich da drei von den zwei? Auf jeden Fall zwei von diesen blödenden Dingern. Ich glaube, das ist bestimmt eine tolle Idee. Okay. Das war nicht gut. Oh. So. So. Ach, ihr kleinen Mistviecher. Hi. So. Okay. Den hätten wir schon mal. Noch einen. Das ist gar nicht so übel. Hau ab. Oh. 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 Was ist das? Oh. Ach. Verpasst. Chance verpasst. Ui. Alter. Oh. Die ist sollte weg. Ja. Ich sollte weg. Oh. Warte. Warte. Nicht hier in die Ecke. Das ist nicht gut. Ich brauche die kleinen, ne? Ja. Der ist aber echt schlecht zu sein. Es sind noch zwei weitere von diesen Dingern. Aber es dürfte ja Zufall sein, wenn ich die treffe. Äh. Oh. Ui. Uu. Uu. Schnell weg. Da. Jetzt hätte ich eine Chance. Äh. Ne. Au. Die Pfeile bringen jetzt nicht so wirklich viel, ne? Äh. Da. Jetzt. Da. Wow. Okay. Hat das was gebracht? Es hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Ach, haut ab. Aua. Du Trottel. Oh. Hier die. Kriege ich die mit? Und ich kriege die mit. Und dann könnte ich vielleicht hier... Ja. Besser. Ach, haut ab. Oh. Ich brauche so einen. Ja. Schon gut. Hey. Uu. Nicht gut. Oh. Er ist sauer. Er ist wirklich sauer. Ja. 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 Ich muss. Es geht nicht anders. Ja. Ich hab schon wieder keine Pfeile mehr. Alter. Alter. Iiii. Boah, ist das mies. Oh, wow. Krass. Äh. Oh, warte. Iiii. 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 Ich muss weg. Ich will weg. Ich will weg. Ich will weg. Ich will weg. Okay. Okay. Cool. Okay. Immerhin das. Puh. Habe ich mal wieder einen vollen... Ne, habe ich nicht. Uh. Das war... Okay. Okay. Ich kriege dieses Ding da unten an der Hand niemals. Aber warte mal. Ich könnte jetzt... Na, das ist doch schon mal was. Ach, Mist. Ihr stört. Ihr Vollpfosten stört. Okay. Wo ist der? Er rennt uns lustig hinterher, ne? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Alter. Hu. Mech. Puh. Okay. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Kann ich aufhören? Oh. Und ich habe dem immer noch nicht voll. Ja. Ja, haut mal ab hier. Okay. Ich könnte es jetzt wagen, wenn ich freies Schussfeld hätte. Ah. Da kommt schon wieder neue. Okay. Warte mal. Mal gucken. Oh. Nein. 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 Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Schnell weg. Alter. Verzieht euch. Ihr Biest. So. Jetzt. Ich muss es tun. Okay. Wow. Äh. Weg. Weg. Schnell weg. Oh. Verdammt. Und keine Sekunde zu früh. Ich komme nicht weg. Mist. Äh. Okay. Okay. Wow. 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 Tust. Wow. Okay. Entdecktes Relikt. Laterne. Mhm. Krass. sind die anderen befeilt. Nutzt er die Relikte, um Tavo zu befreien? Ja. Hey, Jungs. Oh, 35. Lippe 3. Die Rot können jetzt mehr Aktionen durchführen. 37. Dann lass uns doch mal gucken. Was können die denn für Aktionen durchführen? Rot. Ja. Okay, also. Wir können einen schweren Angriff mit präzisem Timing. Das kann ich sowieso nicht hin. Okay. Wenn ein Gegner schon anfällt. Das ist okay. So, jetzt kann man kein 6-Pfeil abführen. Das ist schön. Verspaltet Pfeil. Und okay, das würde ich gerne als nächstes nehmen. Das da oben. Boah, weiß ich noch nicht. So, und hier. Da unten, die Reihe ist noch nicht frei. Was haben wir denn hier bei Charme? Das ist ja mega erfolgreich bisher. Okay. Halt, warte mal. Gab es da irgendwas zu verfügbar? 100. Freischalten? Echt? Okay. Schaden des Stabs 5 Sekunden lang mäßig erhöht. Der Schaden des Stabs in einer Gesundheitsblumen für 10 stärkere Gesundheitsblumen sorgen für mehr Gesundheit. Ja, davon gibt es aber noch wenige. Ähm, der Schaden des Stabs ist nach Parieren 5 Sekunden lang mäßig erhöht. Das finde ich okay. Oh, ich habe kein Dings mehr. Okay, na gut. Taro. Ja. Puh. Hey, wir sind durch. Wir haben es hier. Ach, hier, guck mal. Da ist noch Futter für unsere Freunde. Ja, genau. Das ist für euch. Zack. 40. 10 zu wenig. 10 zu wenig. Und da drüben ist auch noch was. Ja. Cool. Cool, cool, cool. Geht es hier noch weiter? Oder sind wir hier reingekommen? Ich bin nicht ganz so sicher. Da drüben sind wir reingekommen. Na, ich glaube, hier könnte es weitergehen. Ist das möglich? Okay. Geht's? Ja. Aber hier gibt es auch nichts zu entdecken. Okay. So. Gibt es hier was zu entdecken? Nö. Gut. Zack. Und... Och, das ist eine Kletterei. Hör mal. Und wo jetzt lag? Ach, da. Nee. Ach. Was? So. Okay. Und hier rüber. Und da hoch. Und hier hoch. Und es regnet. Oh. Hey, finde ich aber voll schön, den Regen. Finde ich wirklich schön. Na? Hi. Bäh. Da ist er. Hi. Die Laterne. Was kann man denn? Oh. Okay. Wo sollst du hin? Oh. Wo sollst du hin? Da hinten. Hier sind auch Laternen. Moment. Ich muss erst rausführen, wo die hin sollen. Hier nicht. Okay. Der Regen macht es jetzt nicht gerade einfach. Da drüben nicht. Hier vermutlich irgendwo. So, ne? Da vielleicht. So, hier so. Da hin. Kriegt er es hin, Leute? Ja, sie kommen angedackelt. Okay, alles klar. Oh, und wir haben jetzt drei von den, von den Krälen unten links. Ah, okay. So. Jawohl. Hm. Wo weiter? Da sollen wir hin? War denn hier noch irgendwas? Was? Hier ist... Ja, guck mal. Können wir dich nicht einschalten? Das scheint nicht zu gehen. Okay. Na gut. Ja, dann gehen wir mal nach hinten weiter. Hm. Und da oben ist doch auch noch was. Warte mal. Ja, halt. Das geht irgendwo hin. Da drüben. Oh, vorbei. Okay. Und du gehst... Na? Da drüber. Okay. Äh. Wo jetzt? Jetzt geht's da... Ne, wo geht's denn hin? Dort irgendwo? Hä? Wo geht's denn hin? Ach, da hinten in den Wald wieder hinein, oder was? Ist das bestimmt gleich vorbei, ne? Da hinten lang. Äh. Das ist aber gut versteckt hier. Oh, da. Okay. Hier. Daneben. Immer noch daneben. Schon wieder daneben. Alter. Okay. So. Ne. Was? Jetzt ist es vorbei? Nein. Ach, komm schon. Nein, nein, nein. Oh, Moment. Sollte ich die hier erst besiegen? Wäre bestimmt ganz cool, ne? Das funktioniert nicht. Okay, klasse. Na gut. Ich muss also diesen... Diesen... Halt. Was war da? Da war gar nichts. Ich muss also diesen Pfad folgen, ja? Na schön. Na schön. Oh. So. Also. Nummer 1. Du zeigst... Du zeigst dahin. Nummer 2. Okay. Du zeigst dorthin. Jetzt ist der Baum davor. Warte. So. Na, komm schon. Nummer 3. Und du jetzt... Da... Warte, da drüben. Bisschen näher ran. Nicht, dass ich es nochmal verbocke. Nummer 4. Und du zeigst dann... Alter. Echt jetzt? Wo zeigst du denn hin? Bläh. Da. Okay. Und wo möchtest du hin zeigen? Du zeigst hier oben irgendwo hin. Da hinten? Dort. Ah, war der weg? Bitte lass es den letzten sein. Der ist es noch nicht der letzte. Äh. Du dann dorthin. Okay. Okay. Red sehr gelöst. Und... Äh, nee, warte. Der andere. So. Yes. Oh. Und sehr... Oh, wie schön das gemacht wird. Das ist... Hm. Mhm. Okay. Ja, mach ich. Aber bevor wir das machen, sehen wir uns hier erstmal nochmal drücklich um. Warte mal, wo bin ich denn langgekommen? Da bin ich nicht langgekommen. Ich bin hier langgekommen. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Da hatte ich ebenso überhaupt kein Auge für. Ah, ist es nicht schön hier. Da kommen wir nicht durch, ne? Nein. Nein. Bitte folgen Sie dem Pfad. Bitte folgen Sie dem Kennzeichner, dem Pfad. Hier ist nix. Hier scheinbar auch nichts. Erstaunlich, dass es jetzt aufgehört hat zu regnen. Okay. Hier ist leider nichts. Aber... Guck mal, daran haben Sie noch gedacht. Pfützen eben... Pfützen auf dem Pfad. ...in dem sich der Himmel spiegelt. Cool. Sehr, sehr cool gemacht. Das gefällt mir total gut. Hier scheint die Sonne durch. Das deutet doch auf irgendwas hin, oder? Äh, vielleicht auch nicht. Okay, da geht's runter. Ja, da geht's noch irgendwo hoch. Hm. Was haben wir hier? Oh, oh, sieh an! Eine Giste! Oh, ein neuer Hut! Ja. Oh, Tannenzappel. Das ist so schön. Okay. Ja, ist gut. So, ist da drüben noch irgendwas? Hier ist nichts außer Wasser. Okay, na gut. Dann gehen wir zur... Wo sind wir eigentlich? Lass mal auf die Karte gucken. Okay. Wir sind aber da hinten... Ach, da sind wir in die Höhle hineingegangen, ne? Da, warte mal. Da, das war die Höhle, ne? Kann das sein? Genau, da ist die Laternenhöhle. Hier sind wir rausgekommen. Und jetzt dahin. Wohin müssen wir gehen? Ähm... Heiliger Baum? Nee, er hatte doch irgendwas anderes gesagt. Was hat er gesagt? Vergessener Wald? Ach, da müssen wir helfen. Befreie Taro. Taro's Baum. Ich... Wir könnten reisen, aber ehrlich gesagt, ich würde lieber zu Fuß gehen, weil vielleicht finden wir zwischendurch noch weitere von unseren Leuten. Aha. Point of no return. Und wir haben nochmal eine Kampfsituation. Natürlich. Das war so ein guter Plan. Ähm... Aua. Moment. Nee. Sekunde. Wir sind hier. Das haben wir schon längst gemacht. Da haben wir aber keine Lust, so das nochmal zu machen. Okay. Nee, 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 nee. Also, wir finden nichts Neues. Sehe ich das richtig? Äh... Na schön. Ich teleportiere mal hier hin, weil ich möchte unseren Leuten zu weit entfernt. Was? Okay. Ja. Okay. Weil ich möchte unseren Leuten neue Hüte kaufen. Ja. Wo war das? Ach, ich erinnere mich. Genau. Bei dem Fahrstuhl, ne? Bier? Wisst du was? Irgendwie so. Nö. Hm... Da drüben? Es sieht nur so aus, als ob hier was wäre. Aber hier ist nichts. Ja. So, da haben wir also einen Warp-Schrein. Jetzt könnten wir es riskieren. Und hier hin. Warpen. Ja, zum vergessene Wald. Ja. Hier ist es so dunkel und finster, finster kalt. Ne? Das war... Nein. Okay. So, wo sind sie lang? Nicht hier, sondern in die Gegend gegengesetzt Richtung. Wo? Wir? Doch, kommen wir lang. Äh... Was ist das hier nochmal? Warte, 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 warte. Was ist das hier? Also wir sind grob richtig. Äh... Ach, hier sind wir, ja, 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 ja. Okay. Aber ich entsinne mich nicht mehr. Können wir das hier auch mal befreien? Äh, ich wäre so gerne zum Wagen gegangen. Das heißt, ich müsste da hoch. Sehe ich das richtig? Oh, Controller macht wilde Sachen. Da oben, ne? Hier müsste das doch sein. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Okay. Hier ist aber nichts. Da ist der Wagen. Ja, ja. Sehr gut. Okay. Hey, so, also, hi. Na? Ja, ich würde gerne, euch gerne ausstatten. Die anderen haben wir alle schon. Tannenzapfen haben wir noch nicht. Kaufen wir mal einen. Hirsch haben wir noch nicht. Den finde ich witzig. Da nehme ich gleich zwei von. So. Taro. Ja. Ah, ja, ist für... Oh, meine Güte. Wie viel kann man... Ey, wie groß ist dieses Spiel? Hallo? Alter. Und ein paar unserer Leute haben noch gar keinen Mut. Hm. Outfits. Ja, das muss ich auch nicht unbedingt. Okay. So. Wir gehen zum... Für die Outfits muss man diese Herausforderung abschließen. Und... Ja. Nein. Ähm. Hier unten kamen wir auch durch, ne? Kann ich das hier nicht auch mal säubern? Wäre das nicht eine Idee? Gibt es hier nicht irgendwie ein... Ein Secret... Secret, Secret. Ein Victoria's Secret. Ich hätte es ja schon mal versucht, auf diesen Baum drauf zu kommen, aber das war jetzt nicht so erfolgreich. Okay. Wo muss ich hin? Nein. Falsche Richtung. Dort. Hm. Das gefällt mir gar nicht hier. Ist das jetzt schon die Nummer, dass wir, wenn wir Taro jetzt befreien, was auch immer, dass damit dieses Zeug hier verschwindet? Ich muss ein bisschen mehr ins Lande ändern. Hier? Das sieht verdächtig aus, ne? Das ist verdächtig. Okay, lass uns erst mal mit ihm talken. Jo. Oh, ne, das war das falsche Talken. Moment. So. Ja. Jetzt. Warum? Warum? Ach so, ich muss weiter drücken. Ich gebe mir Mühe. Okay. Gut. Und, lass mich raten, interagieren. Ja, hier wird es. Das wird bestimmt eine Kampfsituation werden. Deshalb, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und, bis zum nächsten Mal.